Was geht ab, Piros? Heute gibt es für euch ein neues Video und zwar das Noama, Feuerwerksprospekt für Silvester 2023-2024 aus Tschechien. Und ja, wir schauen es uns einfach mal so an. Ich habe auch letztes Jahr tschechische Feuerwerksprospekte vorgestellt vom Noama und vom Lidl. Lidl ist leider noch nicht draußen. Falls es draußen ist, dann schickt es unten rein, den Link in die Kommentare oder einfach per Instagram. Und ja, wir schauen es uns einfach an. Wie gesagt, ich kaufe dort nicht ein, beziehungsweise ich kaufe eigentlich alles aus Österreich, beziehungsweise aus Deutschland natürlich alles F2. Und ja, in Tschechien gibt es auch F3 ab 21, freiheitlich für jeden. Bei uns ist es ja in Österreich Pyrotechnikerschein, F3 und F4. Und ja, wir schauen es uns einfach mal an. Wie gesagt, was ich hier sage, ist nur meine Meinung. Und ich gebe natürlich kein Gewehr drauf, wo ihr eure Feuerwerke kaufen solltet oder sonst irgendwas. Und ja, wir starten einfach rein. Hier oben haben wir einen Joker-Verbund. F3 natürlich, weil hier unten steht ab 21, also auf Tschechisch. Der kostet 1299,90 Kronen. Schauen wir mal, wie viel das ist. 1099. Das ist ungefähr 53 Euro für den Verbund. Muss man schauen, wie der so ist. Dann hier wieder Fantasy-Verbund für 99,999, 41 Euro. Aber es ist von den Preisen her eigentlich auch relativ billiger als in Österreich, muss ich ehrlich sein. Weil bei uns ist es richtig teurer. Teuer, da zahlst du für so einen Verbund so 100 Euro. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt vom Norma Österreich Feuerwerksprospekt, dann ist es hier oben rechts verlinkt, für die, die es interessiert. Dann, Curly Nochi kostet 369. 15 Euro für die kleine Batterie hier. Auch sehr interessant. Dann hier die Bombenrohre. Die gab es auch beim Lidl, soweit ich weiß. 13 Euro für die kann man auch machen. Die sind natürlich auch F3. Dann hier das Raketensortiment. Das ist F2 für 199. Das ist so 8 Euro müssen das sein. Also für die kleinen Raketensortiment, also das kleine Raketensortiment, so die 8 Euro ist auch nicht schlecht. 6 Raketen. Dann Mumie für 149. Das ist auch eine kleine Batterie. 6 Euro. Die Mamba, die kostet 129 Kronen. 5 Euro. So, Vulkane. Die sind auch relativ billig, also so 3-4 Euro für die paar Stück kannst du die auch einfach mitnehmen. Dann hier die Lucky Fontänen. 2-3 Euro. Das gibt es bei uns gar nicht in Österreich, so die Preise hier. Also hier unten alles in F2 kannst du getrost mitnehmen. Dann hier ein kleines Familiensortiment, beziehungsweise F1 Sortiment, nicht Familiensortiment, genau. Für 2,50. Dann hier Wunderkerzen, auch für so 2,50. Die kosten dann 2 Euro hier, die kleinen römischen Lichter. Hier auch die Kost, was kostet das? Die Wunderkerzen 80 Cent und Knall, Knallträufel. Die kosten auch so 80 Cent. Und ja, aber sonst eigentlich kleines Sortiment, nicht größer als wie bei uns in Österreich oder wie in Deutschland mit Niko Feuerwerk. Und in Tschechien wird schon ab dem 30. Oktober, äh, November verkauft, sorry. Genauso wie bei uns. Bei uns wird auch ab 1. Dezember, also ab morgen in Österreich bei den Discountern verkauft. Bei uns gibt es ja nur einen Discount, das ist eh der Norma. Und ja, sonst wird ganzjährig verkauft in Tschechien, als auch bei uns in Österreich. Und ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video zum Norma Tschechien Prospekt gefallen. Haut rein und ciao. Thanos. Dieses Kribbeln im Bauch, eiskalte Luft, Schwarzpulver, Duft, Gänsehaut, Silvester-Feeling legendär. Silvester-Feeling legendär. Faszination, dieses Gefühl, dieses Kribbeln im Bauch, eiskalte Luft, Schwarzpulver, Duft, Gänsehaut, Silvester-Feeling legendär. Silvester-Feeling legendär.